hallo nerds und nerden und willkommen zu einem nerds gezockt xmaw defense weiß das spiel ein spiel das von seit dem 30 august diesem jahr auf steam gibt für 20 euro momentan das glaube ich standardpreis es ist ein kleiner genre mix aus tower defense und noch irgendetwas anderem ich weiß jetzt nicht genau wie das bezeichnet wird aber ihr werdet es ja gleich sehen ja ich versuche schon die zweite oder dritte aufnahme irgendwie hat für obs probleme ich hoffe es funktioniert jetzt wir starten noch mal neu und nach dem ladebein kommt eine cutscene so viel kann ich schon verraten weil ich habe ja schon ein paar mal versucht aufzunehmen aber diesmal alles funktioniert letzte route blockieren okay wie das alles funktioniert weiß ich wie gesagt ist immer relativ früh alles abgestürzt egal drücken starten und dann schauen wir mal die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geothermal energy, gravity, minerals, distance to star, landing target selected, initiating harvester cores, starting planetfall Harvester entering the atmosphere, prepare for landing on the planet surface A huge object has hit the ground south of the city Eyewitnesses claim that it was some kind of spacecraft Police and emergency services are en route to the impact site This might be our first contact with an extraterrestrial civilization Ja, ich würde sagen, wir sind wohl mal die Eroberer, mal auf der anderen Seite Rappel laden, Trümmer aufsammeln, schließen Ja, kriegen wir schon hin, wird schon klappen This thing is flying too close to our core, drive it The aliens are shooting on us, fall the army Die letzten Feuerwehrwagen auch noch Der Nachrichtenhelikopter Oh, cool Initiating the first phase of the operation Our goal is to build an energy harvesting infrastructure And to create a geodetic network encompassing the entire planet The aliens are firing on civilians We're sending rapid response units to stop them Alpha Squadron ready for action Let's shoot some aliens Hmm, ne, das gefällt mir nicht Huh Oh, ey, das ist irgendwo länger laden Ich muss irgendwie die Trümmer aufsammeln Huh Hahahaha Wenn wir die Waffe aufladen lässt dann Jetzt kommen auch noch Jets, verdammt Da kommen noch mehr Wo kommen die wohl zuerst? Oh, da geht ja Uuuuuh Räppidige response forces wurden zerstörte Wir senden die ground recon units bevor der Hauptsammeln Was kommen jetzt? Die Fahrzeuge sind ein schrecklichem Wir sind sie vor dem zu haben Zerstörte sie bevor sie sie erreichen Hey, oh Wir sind ja schon ganz schön Au, 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 au Was, auch noch Luftunterstützung? Nein Nein Machst du ab von meinem Korps Lass ihn ihn gut haben Uha, weg dir Also richtig gespielt So nicht Kopfhörsch halten Und einfach nur Luftballern Ey, der lebt noch Därkst du ab zu oben Die Invaders baut sich alle unsere Verbesserung unter dem Wir müssen sie bevor sie baut sich bauten die ganze Stadt Meeren Endes Hüi o, son Ah, ich kann auch noch einbauen. Rohstoffeinheiten. Die kommen hier alle lang, hier kommen auch welche lang. Ich kann auch noch mal so ein Blitz hinstellen, ok mehr, Ressourcen habe ich wohl nicht, jetzt ist mein Rot, ja jetzt starten wir die neue Welle. Ob wir weiter von vorne fliegen können. Ich hab noch nie. Das ist ein Helipopter. Oh, das ist ein Helipopter. Oh, ich hab Schaden genommen. Naja, wohl so lange hat der Korps keinen Schaden, das ist alles gut, denke ich. Das war die erste Welle. Ja, ich kann neue Türme bauen. Kommt von hier und hier und von da unten. Schauen wir hier noch mal einen hin. Hier noch mal einen hin. Hier würde ich noch mal... Ach, ich hab keinen, keinen mehr. Verdammt. Na gut, war's wohl. Mehr kann ich gerade nicht machen. Ah, zweite andere Stelle. Light-Ground-Support moving fast. Confirming visual on the enemy. Air-Support experiencing heavy losses. Jetfighters in the zone. Attacking the aliens. What's jetzt? Wo? Humvee Team engaging hostile. Ach, er weint über... Was? Ist er weg? Huuhu, aua, 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 aua. Ey, da ist der Chip doch noch. Oh, ich hab den nicht. Das war's. Ach so, ich kann dir den Weg versperren. Das ist ja fies. Von da oben, wir müssen jetzt hier lang. Wir müssen hier an meinem Türm vorbei. Hier noch einen hinstellen. Dann. Draufklicken. Ah, da kommt die noch dran vorbei. Fliegen. Ja, haha, jetzt müssen die auch hier lang fahren. Da kann noch einer hin. Man kann hier wahrscheinlich nicht den Weg ganz versperren. Irgendwie müssen sie ja noch. Flachfeld. Das war's schon wieder. Dann starten Bad von Jungen kommen 60 Humvees. Da oben kommen 17 schwere Panzer, 4 Humvees. 8 schwere Panzer, 4 Humvees. Die Aliens have begun to expand their base and are raising new structures. Armored units are on sight and ready to spearhead the next attack wave. They should get past those towers. Tank Brigade reporting, tweeting assault. Gunship Opsi, ready to begin mission. Ja, okay. Die stecken Kuckers weg. Huh. Er hat uns mal wieder diese Kuckers. Er hat Maschinen hier. Ababababababababababam. Können wir mal zwei haben. Jets? Uh, ne große Komma zu. Oh, da ist mein Schild schon da unten. Schöne Schneidermitte. Ah, da hab ich... Oh, da sind ja auch ein paar Panzer. Au, 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 au. Ob die Menschen einfach so Laserwaffen haben, wusste ich gar nicht, dass sie so was haben. Aerosport ready. We've got your back. Over. Oh. Ein paar Fahrzeuge durch. Nein. Schütz. Ein Chor. Ah. Oh, den Fahrzeugen. Alle weg. Nein, noch nicht. Wir sind mit Fahrer. Wir sind mit Fahrer. Wir sind mit Fahrer. Wir sind mit Fahrer. Eieiei. Da haben wir schon drei Wegen geschafft. Oh, okay. Die kommen jetzt auch von hier. Ja, nee. Das wollen wir ja nicht. Wir müssten hier schon ablenken. Zaun. Zaun. Oh, Zaun. Da haben wir schon mal hier lang. Das ist schon mal besser. Aber immer nicht zufrieden. Das war die da dran vorbei. Da war die da dran vorbei. So. Da waren die auch hier längs. Das passt mir immer noch nicht. So. Das gefällt mir viel besser. Da müssen die auch den langen Weg fahren. Das gefällt mir gut so. Ist gut so. Ich fahre den langen Weg. 164 Amis. 60. Da spielt jetzt ein Geballer hier. Die grounden vor dem alienen Strukturen ist, das eine komplexe Metallgeschichte. Und wir haben eine überrektere Angelegenheit. Wir sehen uns die Abfaller die Angelegenheit. Es sieht aus, dass sie die Base ist gestrich. Die Angelegenheit sind definitiv, wir können sie versprenen. Sie sind in den Abfall. Die Angelegenheiten sind sehr weitergehalten. Lass uns eine stärkere Anstrengung. Sie sind mit der Anstrengung. Er supporten Anstrengen. Okay, we have this. I'm going to call this under attack. I'm going to call this under attack. The aliens are using advanced tactics against our forces. We have to attack them from several directions at once. We're sending everything we've got at the alien core. If this doesn't work, we'll have to authorize the use of Tarantula Mark 5. A very strong attack is incoming. You can freely move towers or build new ones to shape enemy paths. It is recommended to make their paths as long as possible. For longer, I can't do the route. That's the longest way. Outside. I can only open up and send them down here. That's the only one. That's what I meant. I didn't want to block all the paths. The laser fence will be disconnected. Block enemy paths in a way that makes them as long as possible. Without blocking them entirely. Okay. Let's go. I can see. I can see. I can see. I can see. No, I can see. No, I can see. No, there is a rush. No, there is way from just walking. No, I can see. No, thanks. Where doof would I always make it? So, dann kann ich den Weg von den verlängern. Ja, probieren wir mal so. Armour Squad ready to deploy. The hit is coming. Air support coming up in a minute. Au. Die hinten. Den haben wir auch nicht schießen. Wo können wir denn da hin? Au. Light ground support moving fast. Confirming visual on the enemy. Air support engaging hostiles. Au. Weg mit den Humvees hier. Boah, wie viel Sinn das. Komm schon hin, proper. Au. Oh, 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 oh. Oh no, pass auf. Oh, 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 oh. Oh no, pass auf. Yeah, baby. Ich weiß nicht, dass ich noch reichne Jetfighter sind in der Zone, attacken die Aliens Jets, bro Da kommen sie Wow, wir haben durchgeflogen, wir haben einfach abgehauen Ja! Ja! Und wir wollen Das, 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 das Das, das, das? Affirmative! Try not to bring the whole city to the ground Yes, sir! Destroy! Warning, the human war machine can travel our towers We will collapse a large structure on its path to game time always Let's see anything now kabbes Look at me! The aliens collapsed the building on our map Eat signatures indicate there are still life civilians inside Let's try to go around Die Legen sind verletzend. Wir müssen die anderen Legen verletzieren. Es sieht aus wie die Legen sind in der Maschine. Die Legen sind verletzend. Die Legen sind verletzend. Die Legen sind verletzend. Die Legen sind verletzend. Die Legen sind verletzend worden. Die Legen sind verletzend. Die Legen sind verletzend. Wann gibt es? Wann gibt es? Ich bin kaputt. Verwaltungsgeräusche. Anwalt in der Luft. Jetfighter ETA in 3 Sekunden. Tarantula leichter verletzt. Integrität der Hauptmannschaft in 75 Prozent. Warnen! This mission! Zett Lord's Armour! You have to stop it! Before it comes! I'm not going to die! I'm not going to die! Third leg damaged! Platform balance is critical! If they destroy the last leg, the platform will collapse! Air support for your location! Oops! I'm flying away! Oh, okay! Raumschiffe have enough unendlich! Ha! That's good! I'm not going to die here! Oh my god! I'm not going to die here! The enemy's machine is halfway towards our core! Hier ist die Serious-Threat, die Serious-Threat! Tätig auf die Beine wieder, auf die Beine! Shredder-Canada-Destroy! Changing Attack-Pattern! Ja! Das war's! Das war's! Sehr schön! Ich würde sagen, das war das erste Level, oder? Tarantula wurde annihiliert! Alle restlichen Uniten, zurück! Wir müssen zurück und regrüßen! Das war's! Ich bin jetzt auf die Überraschung, die Erinnerung des Angelegenheiten von der Strecke! Wir haben nicht erwartet, die Erinnerung des Angelegenheiten zu treffen! Wir haben nicht erwartet, Aber die Erinnerungen haben bereits angefangen, und wir müssen weitergehen! Die nächsten Körler sind in der Atmosphäre, aufgrund der Planeten-Assimulation-Schedule! Ja, tatsächlich Sieg und anscheinend wird das wohl so immer weitergehen. Boah, Schaden ist toll. Was, was? Aufgesammelte Trümmer. Ja, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie es im Trümmern ist. Oder kriege ich auch noch einen. Silberner Sieg, ja. Das ist das Spiel. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen Schmack abmachen. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, wie immer, dass die Kommentare da, vielleicht einen Daumen hoch. Ansonsten, sehen wir uns für unser nächstes Projekt. Vielen Dank für's Zusehen, bis zum nächsten Mal und tullö.